Wer sind Sie? Was wollen Sie von mir? Sie sollen mich loslassen! Sie sollen mich loslassen! Wer seid ihr? Halt's Maul! Nein, der krieg ich nicht! Auf und ab gehen! Die Partei hat immer recht, da wird irgendwo ein Missverständnis vorliegen und es wird sich aufklären. Man muss sich nur mal den Regeln fügen, selbst wenn sie hart sind. Und sei es nur, um seinen guten Willen zu beweisen. Sie sind hier, um Ihre Verbrechen zu gestehen! Gestehen was? Wer sind Sie? Geben Sie zu, was Sie sind! Ich bin der Stellvertretende... Sie sind gar nichts! Stellen Sie mir präzise Fragen! Was wirft man mir vor? Das wissen Sie sehr gut! Besser als jeder andere! Sie sind hier, um zu gestehen und Sie werden gestehen! Ich verlange einen Verabschluss! Sie wollen Ihren Verbrechen gestehen! Ich will Ihren Verbrechen! Ich will Ihren Verständnis ab! Stellen Sie mir präzise Fragen! Sie werden gestehen! Ich will einen Verabschluss! Ich sprengere Sie dazu! Sie werden gestehen! Anfangs versucht man, der Partei zu helfen, ihr zu helfen, klar zu sehen, Klarheit bei sich selbst zu finden und zu verstehen, warum man hier ist, welcher Fehler dazu geführt hat. Man ist durchaus gewillt, Selbstkritik zu üben, Irrtümer zuzugeben, die der Partei geschadet haben könnten. Die Jahre des Kampfes und der Disziplin in den Reihen der Partei, unsere ganze Schulung haben uns gelehrt, dass die Partei nie irrt, dass die UdSSR immer recht hat. Wie oft hat man uns gesagt, uns unserer Demut nicht zu schämen, dass es besser sei, sich mit der Partei zu irren, als ohne sie recht zu haben. Gestehen Sie! Gestehen Sie Ihre Verbrechen! Sie müssen alles gestehen! Gestehen Sie! Was? Gestehen! Die Partei hat ihre Verhaftung angeordnet. Es handelt sich um eine internationale Spionage- und Hochverratsaffäre gegen die Sowjetunion und unser Land. Gestehen Sie! Gestehen Sie, dass Sie Trotskist sind! Gestehen Sie es! Gestehen Sie so schnell wie möglich, sonst werden Sie unter Ausschluss der Öffentlichkeit verurteilt. Ich habe 20 Zeugen, um Sie an den Galgen zu bringen. In dieser Affäre werden Köpfe rollen. Wir haben alle Beweise! Die Sitzung ist eröffnet. Die Sitzung ist eröffnet. Untertitelung des ZDF, 2020